Hallo liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Wiesenhof-Expertentipp vom 20. Spieltag. Fangen wir gleich mal an. Schalke gegen Wolfsburg, da tippe ich auf 1-2-2. Nicht jeder gewinnt da so einfach. Dann Leverkusen-Bayern, ich glaube im Moment ein bisschen Unruhe bei den Bayern, da werden sie nur 1-1 spielen in Leverkusen. HSV Köln, 0-1. Eintracht Frankfurt Stuttgart, zwei Konkurrenten, die sollen sich dann auch schiedlich-friedlich 1-1 trennen. Hannover zu Hause gegen Mainz, 0-2. Hertha natürlich immer noch die Überraschungstruppe dieser Saison, werde aber 3-1 verlieren. Hoffenheim-Darmstadt, ich glaube Hoffenheim ist mal wieder dran mit einem Dreier. 2-0. Ingolstadt-Augsburg, 0-0. Und wir bei der Borussia wollen wir den Dreierpack komplett machen dieses Jahr. 1-2. So, das waren meine Tipps zum 20. Spieltag. Jetzt seid ihr dran und zeigt, dass ihr es besser könnt.